So, hier ist Outlook Hosovo Werneuchen heute mal am 23. Februar 2024. Dann erstmal schönen guten Abend und herzlich willkommen zur fünften Mahnwache in Werneuchen. Schön, dass ihr alle da seid, die da sind. Ich würde mich freuen, nächstes Mal, wenn wir wieder mehr werden, so wie wir es schon mal hatten. Vorneweg möchte ich jetzt allererstes mal, das haben wir gerade in der Gruppe reingekriegt, und vorweg möchte ich sagen, dass wir gerade informiert wurden, dass am kommenden Dienstag, da ist der Herr Habeck, der Herr Woidker und der Herr Kretschmer, die sind in der Cottbusser Stadthalle zu Gast. Und dazu soll eine Pressekonferenz, nee Quatsch, eine Protestkundgebung gehen, in der Petersilienstraße. Und wer da von euch Bock hat, mit hinfahren möchte, könnt ihr gerne machen. Wäre schön, Unterstützung wird überall gebraucht, wenn ich gerade beim Thema bin. Wir sind jetzt dabei, das fing ja an hier mit der Landwirtschaft hier, mit uns alles, dass wir das auf Bauern-Ebene aufgebaut haben, sprich haben wir den Anfang gemacht. Das ist das aber schon lange nicht mehr. Das betrifft sowohl den Mittelstand, also einfach alle. So, dass wir jetzt da mit dran sind, Mecklenburg-Vorpommern, da sind wir jetzt gerade dabei, uns richtig weit zu vernetzen. Die haben es ja geschafft, an einem Tag 68 Autobahn-Auffahrten, also praktisch ganz Mecklenburg-Vorpommern lahmzulegen. Und da wollen wir jetzt so mit drin, in der Mittelstandsinitiative, sodass wir nicht auf dem Ding hier halt aufbauen. Und dann hoffen wir mal, dass wir wieder größer werden, denn werden Aktionen geplant und diese Aktionen, die dann geplant werden, dass die nicht so ausfallen wie Seefeldtanklager, dass wir, sag ich mal, 30 Handels haben, dass wir mehr sind und hier ein bisschen was erreichen können. Dann wollen wir noch einen Briefkasten aufstellen hier, bei der nächsten Mahnwache, wo wir doch bitten wollen, dass jeder sein Anliegen und was da noch, wo er der Meinung ist, das müssen wir nur wissen, das gehört nur mit zu oder haben wir noch nicht erwähnt oder, 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 oder. Da macht er drin alles anonym, wie auch immer. Ja, genau, das wäre so dazu und habe ich soweit eigentlich alles, wa? Ja, dann hat jetzt Simone noch ein paar Worte für euch, wegen dem nächsten Wahlprogramm und, wie gesagt, danke, dass ihr alle da seid und dass ihr überhaupt hier seid.